Über das gleiche Triebwerk verfügt der BMW Alpina B6S, den ich Ihnen nun präsentieren will. Er hat schon immer die Fahrleistungen eines Supersportwagens gehabt. Jetzt wird ihm auch die Optik gerecht durch eine neu gestaltete Motorhaube aus Glas-Carbonfasermaterial. Meine Damen und Herren, hier ist sie, die Weltpremiere des BMW Alpina B6S. Ja, noch ein, zwei Sätze zu dem Fahrzeug. Sie sehen die neu designte Motorhaube, wie bei Rennsportwagen üblich, entweicht durch die vertikal stehenden Luftauslassschlitze in der Motorhaube die Kühlerabluft gezielt ins Freie. Kühlerabluft 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 Vielen Dank. Vielen Dank.